Warum zum Teufel soll ich da bremsen? Du bist doch dumm. Weg. Dieses Video entstand nicht durch eure Unterstützung. Wenn euch dieses Video nicht gefällt, bitte lasst keinen Like da und abonniert auch nicht diesen Kanal. Ich würde es nochmal anschauen. Oh nein. Ich habe hier ja gut gemacht. Ich habe hier ja schon etwas Dutyifen, ich kann was ich jetzt versuchen. Ich habe hier ja auch nur geflogen. Doch, das ist es wichtig. Ich habe hier ja auch geflogen. Bye bye safety rating. Bye bye. Boah, Junge. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wow, der kickt sich alle raus Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Von vorhin, Miami Ah, kommt in Von der Zeit her passt es, wie es aussieht Untertitelung des ZDF, 2020 Oops Ups Das ist ja erlaubt, das soll so sein Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Oh, 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 oh. Alles gut. Lann, allem. Schau mal, schau mal. Der Formula Mazza ist schon ein bisschen Autoscooter. Ein bisschen mehr übersteuern, hätte mir mehr gefallen. Wir haben gestern festgestellt, dass er bei Zeitverschwendung ist. Boah, läuft bei dem. Ja, Leute, die arbeiten sind Müll. Wir wurden gestern einfach eines Besseren gelehrt. Legende, der Mann. Shoutout, Neymar Junior. Husky Moin. Digga, warum mache ich das immer? Warum mache ich das? Ich glaube, es ist gerade ein bisschen zu laut, aber das liegt echt an der Karre. Weil eigentlich hatte ich das angepasst. Ja. Husky, nö. Ähm, ich bin, also ich habe es auf 60 gekappt, weil einfach auch Multiplayer ja nur auf 60 cup ist. Aber normalerweise komme ich so knapp auf die 150, 160 FPS. Im MPs 60 cup. Husky. Achso, ja. Im Multiplayer ist Maximum 60 FPS. Damit jeder dieselbe Chance hat, so ne. Ja, ja, das ist so, Husky. Wenn du das im Multiplayer testest, dann ist das schon so richtig. Das soll so sein. Und wie sieht es aus im Singleplayer, Husky? Ui. Noch vier Runden. Noch drei Runden. Ich denke, wir haben auch 70. Ups. Dann Ollum stecken. Geh mal raus aus meinen Mintern jetzt. Das reicht. Husky, ich kann dir ja gleich meine Settings zeigen. Nach dem Rennen. Können wir ja ein bisschen durchgehen. Ich habe einfach auf 16 gerutscht. Ich glaube, das war das letzte Formula Monster Rennen. Ja, sollte eigentlich reichen, Husky. Ein bisschen mehr, ne. Ja, irgendein Silberstein Layout. Geh mal raus. Untertitelung. BR 2018 Eine noch. Los, ein starkes Finish. Boah, was ein ekelhaftes Rennen. Suzuka überspringe ich gleich, was Formel Lamarza angeht. Das ist vieler Regenrad. Ich habe absolut keinen Bock. Ich habe keinen Bock auf Regenrad. Ja, ist geil, Husky. Ist geil. Ich mache nichts anderes. Also Racing Game, nur Forza Motorsport. Aber auf alles andere habe ich geschissen, gekackt, gekotzt. Ich brauche nicht mehr. Ich liebe einfach den Grind so. Gib mir Grind. Fertig. 500 Autos grinden. Hoffentlich werden es mehr. Einfach die nächsten 4, 5, 40 Jahre Motorsport spielen.